Und dann brauchen wir Attending Sword. Dass wir ein Zollfragment kriegen. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Wir brauchen die Ingots nicht herstellen. Wir haben das als Flüssigkeitsform. Moment. Wow, das ist gut. Ich weiß nicht, ob das das ist, aber das ist Sold. Warte mal, das kriege ich raus. Wie kriege ich das raus? Moment, Eimer. Wir brauchen noch Unstable Ingots. Wir haben nur einen. Eieiei. Und da fährten wir eigentlich noch die Division Siegels. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben noch Nuggets. Äh. Ne, das ist Salz. Hä? Warum ist das jetzt Salzwasser? Das ist da auch so, ne? Warte auf jeden Fall nicht auf. Ich bin damit höher. Ding. Full-Craft. Full. Jetzt habe ich ein Chemie-Bucket. Moment, was kann ich aus dem Schiebe? Was kann man mit dem Salz herstellen? Gar nichts. Schade. Okay, der ist so. Das heißt, wir brauchen eigentlich ganz viel massenweise davon. Aber gibt es nicht eine Farm oder ein Harvester? Harvester gibt es doch bestimmt, oder nicht? Weiß ich nicht. Ne. Ähm. So, lösen. Warte mal, den kann ich erst mal da hinstellen. Den Sprinkler. Okay. Bye. Let's go, okay. 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 das ist natürlich jetzt wieder spannend jetzt kann man wieder so einiges machen nur weil man automatisierte cookies wir machen so ein aufwand für automatisierte cookies total unnötig jetzt du kannst damit die halt die questen da machen ja das ist ja auch irgendwie so was was again und 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 Vielen Dank. Ne, ist die Frage, haben wir noch Flüssigkeitspipes? Weil dann durch den Equimis-Equimienter hier hinsetzen, dann kann der nämlich das Zeug da rüber, warte mal. Flüssigkeitenpipes. Das mache ich noch mit dem Sprinkler. Mit dem Sprinkler. Ouch. Das hat weh. Was ist das gemacht? Komm mal her. Nimm dir mal das Schwert, du das in dein Craftingfeld, dann nimm das raus, was du kriegst. Aua. Soulfragment. Jetzt haben wir das Ding, was wir brauchen. Ey, was denn? Jetzt brauchen wir nur noch die restigen Sachen, dann haben wir alle. Ey, was ist das jetzt? Das Schwert wieder her. Ja, was mache ich jetzt mit dem Soulfragment? Das ist für die Cairn. Ach so, ja warum soll ich denn davon bluten, du Sau? Ähm, guck mal hier. Ich muss mich in die Hand ab. Ja, ein. Ich hab das gerade auch gemacht. Ja, und sollte ich das jetzt auch machen? Weil du auch Schaden kriegen solltest. Ach so, den hab ich sowieso. Du Vogel. Das stimmt. Ich brauch einen gewaltigen Schaden. Fluidpipes haben wir noch. Komm, das kriegen wir hin. Ich guck nur Video. Nein, doch. Ach so. Ich dachte, du brauchst, musst du extra Crafter haben. Nein. Anfängst du in dein Craftingfeld und dann wieder selbst Schaden zu fügen mit. Hier soll ich meine Seele rausschneiden anscheinend. Ich will aber meine Seele nicht rausschneiden. Das ist so behindert, ne? Leid mal deine Seele raus. Er hat doch was. Kommt du mir jetzt so vor. Vorüber. Bam, bam, bam. Muss das ja unten ordentlich aussehen, ne? Mach nö. Okay. War das jemals bei uns ordentlich aus? Normalerweise baue ich immer ordentlich. Du weißt ganz genau, dass ich ordentlich baue. Ja. Wenn du meinst. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen runtergegangen. Noch mal durchrauschen hier. Der kann ich ganz ner Wasser. So, springt da funktioniert. Ja. Aber der braucht jetzt kein Bauenmehl, ne? Anscheinend. Also ich hab jetzt baummehl reingeschmissen 292, aber irgendwie verbraucht das nicht. Doch. Nimmt das schon dafür. Aber dauert lange, ne? Ja, ja. Egal. Egal, kann er schon mal das machen. Der verwendet das ja und deswegen die Ken. Ja, aber die Ken kann ich jetzt zum Beispiel da nicht reinpacken. Hey, weil die nicht maschinell benutzbar ist. Egal, soll er erstmal sprinkeln hier. Aber die andere ist maschinell benutzbar, deswegen. So, aber ich würd mal gerne... Läuft der Server eigentlich weiter, wenn wir nicht drauf sind? Ja. Okay, dann lass ich das mal mit den Cookies auf jeden Fall mal stehen. Mal gucken, wie viele Cookies so... Mal so... Äh, wir haben keinen Schankbau, da weißt du, ne? Okay, ne. Ist doch blöd. Downhead? Habe ich jetzt verfliegen bekommen. Ne, ist Downbound. Was ist das? Äh, keine Ahnung. Oh, nie Ahnung. Irgendwie. Die Fresse-Zombie. Okay, jetzt benutzt das. Sag ich ja. Der wird uns das nicht auch. Ja, Zombie, fick dich. Ist klar. Ja, Kids 1 Zombie, kommen die ganzen anderen wieder an. Beruf der Idioten. Naaah. Dann kommen die ganzen Zombies an. Oh, ja. Nicht auf den Seiten. Ehrlich? Was denn? Ehrlich? Ähm, ja. 1, 2 Schläge und die Zombies sind auch tot. Ja, hat doch fast, ne? Also, den Hammer. Mit der Hammer. Na gut, der Hammer macht ja auch irgendwie 8 oder 9 Schaden. Standardmäßig. Boah, Zombie, fick dich. Wie hart. Jetzt sind wir los. Wir haben die 3 Stunden voll. Ich weiß, ich werde dich gerade nur voll belagert. Wenn ich nicht aufkomme, bin ich gleich tot. Ich kann mich hier nicht wegbauten. Ich kann mich hier nicht wegbauten. Gut. Boah, ist das für Redstone und... Schön, ne? Ein Lapitz. Ein Lapitz. Ein Lapitz-Latz. Was ich gerade mitgebracht habe, meine ich. Warte mal. Ich bin gerade überlegen. Moment. Hatten wir nicht diese... diesen Klickautomaten? Moment. Was ist denn die Auto... Wie ist das... Ist der Autoklicker? Aber auch der Strom. Moment. Ich will mal was testen. Mach das. Ist der so rum? So, White-Click... Und... Use Items to Argo... Flashes Behinder... Desabled... So, noch mal nicht. Information... So, ich baue mal eine Klopp dran. Wir haben doch bestimmt eine Klopp... Da. Haben wir doch eine Kisse. Ja. Oder... Hier vorne eine Kiste. Ne, hatten wir eine Kiste. Ach, hast du rausgenommen schon, ne? Ja. Ach, willst du... Das einmal setzen und es abbaut? Ja, aber irgendwie... Guck dir mal das Licht an. Ja, ich sehe es die ganze Zeit. Ja, du bist so behindert. Warum willst du so genau da hin? Weiß ich gerade auch nicht. Engelauer. Ja, du halt Flash bist. Ach, da müsst ihr die doch eigentlich abernten. Hast du die Porta-Kern noch bei dir? Ja, ja. Darf ich mal kurz was probieren? Ich habe keinen Magnetern. Ich weiß auch nicht, warum der das gemacht hat. Aua. Was Aua. Es funktioniert. Aha, geil. Schneider Pumpkins wachsen lassen. Okay. Mit der Kern. Also das funktioniert auf jeden Fall nicht hier irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Kein Ernst. Es funktioniert mit der Kernautom. Schneider Pumpkins wachsen lassen. Aber wieso der da drüben jetzt gerade nicht gemacht hat. Ich brauche zumindest einen, wo ich drauf stehen kann. Da ist der nächste. Der nächste. Äh, das sind jetzt. Einer fehlt eigentlich. Einer? Doch. Eigentlich. Ja. Sollte reichen jetzt. Hoffen wir mal. Weil. Warte mal, ich lasse dennoch die Chester einfach hier fertig. Kann ich auch damit die Büsche wachsen lassen? Jo. Irgendwie. Ist der eine Büsche gerade erst mal voll geworden? Lol. Deswegen ist das ja auch so. Eigentlich. Braucht man so einen Klicker, der. Dann diese andere Kern automatisch ausführt. Moment. Weil die Kern kann kaputt gehen. Das ist das Problem. Ja, irgendwann. Wann? Äh. Zehn Stück für ihn noch. Hast du die noch? Nee. Oh, jetzt ist meine Kern kaputt gegangen. Ich sag's doch. Geht kaputt. Die Kern geht kaputt. Flash. Und die andere Kern nämlich nicht. Mann, guck mal, die ist geknickt. Die Kanne. Ich freue. Die lässt den Hals hängen. Ah, du kannst dir eine bauen. Ich weiß, ich hab da Material genug drin gehabt. Aber das ist ja drin. Dass der Kack da oben nicht automatisch läuft hier. Deswegen, wie gesagt. Deswegen brauchen wir die andere Kern. Weißt du, wie OP das dann ist? Ja und? Ja und, sagt er. Jetzt hör auf, Lampe. Du spackst die ganze Zeit hier rum. An, aus, an, aus, an, aus. Warte mal. Kann man's übertreiben? Ja. Vor allem ist das nämlich doch scheißegal, weil wir brauchen die Sachen doch. Und umso schneller kriegen wir die dadurch. Oberspackin. Bom, bom. Bom, bom. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, das war ja das. Das war ja das. Das, das. Die Kahn kann ich jetzt rauslegen. Hab sie denn, brauche ich auf jeden Fall bei mir. Die Hau, die Axt. Und ich bin sogar der Mann und die andere Kahn, die lässt das mit Zinn wachsen. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Für was? Was denn? Oh, wir haben 8. Probierst du aus. Wir haben 88 Cookies. 8. 8. 8. Warum probierst du das aus? Du bist ein Cheetah. Du bist ein Cheetah. Du Cheetah. Dann muss das Ding doch wieder oben aufbauen, ne? Dann, flash. Komm her. Wo bist du? Hier, bei mir. Ja, wo bist du denn? Ach da. Geh mal die Reichweite an. Oh. Guck wie schnell das wächst. Ähm. Ich will mal was ausprobieren. Moment. Deswegen brauchen wir das. Komm mal bitte mit nach oben. Ja. Und ich bin der Mann und die geht nämlich nicht kaputt. Ja, das probieren wir jetzt aus. Die nicht kaputt geht. Glock. Das ist mir nicht voll so eine OP-Kanne. No. Steht die denn richtig rum? Ja. Guck, die ist nämlich noch heil. Hast du das gerade gesehen? Ja. Siehst du das? Ja. Ich schmeiß die mal wieder weg. Ich schmeiß die mal wieder weg. Oh no. Sag's doch. Ich wusste, dass das da irgendwas war, weil ich das im Video gesehen habe bei jedem und so. Die OP. Aber gut. Würde ich sagen, dann bannen wir jetzt mal die Aufnahme. Alles klar. Dann machen wir das auf jeden Fall. Haben wir auch wirklich einiges diesmal geschafft, muss ich sagen. Wollte gerade sagen. Wir waren jetzt nicht viel unterwegs, haben viel gemeint, aber haben unten eigentlich eine Produktion, anstatt dass wir unsere Cookies herstellen können. Ich bin wieder viel gestorben. Ja, das ist ja nichts Neues. Aber wir haben recht viel, aber trotzdem gekriegt an Quest. Wollte gerade sagen. Questen haben wir auf jeden Fall viel geschafft. Diesmal war ich auch ordentlich fleißig. Man glaubt es kaum. Centos hat produktiv. Na gut, aber Leute. Dann werden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Minecraft Metaory Energy. Hoch Bier mit dem Flash. Mit Centos. Ciao. Tschüss.